Das ist der Narz vom Delphs. Oder besser gesagt eine Statue vom Narz. Denn der richtige Narz, das ist eine Stoffpuppe. Alle fünf Jahre wird sie ausgegraben und viele Leute sind dabei. Das ist der Startpunkt für die große Fastnacht, die Partyzeit hier in Delphs. In diesen Tagen findet sie statt. Vor allem an den Wochenenden wurde das so richtig gefeiert. Auch ich bin einmal mit jungen Leuten von Partystation zu Partystation gezogen. Besonders hat mir dabei gefallen, dass ich viele Leute getroffen habe in heiterer Gemeinschaft. Ich denke da an einen anderen, der begraben war. Ihn haben nicht Menschen ausgegraben. Er ist von selber aus dem Grab herausgestiegen. Das ist Jesus von Nazareth. Und ich bin überzeugt, dass Jesus allen, die an ihn glauben, Trost schenken kann und Freude. Der Narz vom Delphs wird am Faschingsdienstag wieder begraben. Und dann ist es aus mit der großen Fastnacht und der großen Partyzeit hier in Delphs. Ich bin überzeugt, Jesus lebt für immer. Und ich weiß, dass er allen, die an ihn glauben, einen Grund gibt, sich zu freuen und zu feiern ohne Ende. Okay. Untertitelung des ZDF für funk, 2017